Willkommen zurück zu der Spielblock auf 6 Kampagne Könnt ihr mal schiefen, wenn die auf uns ballern, dann wäre ich schon ganz geholfen mit Wenn ich schon Fahrzeugsliste nicht fahren muss So, jetzt machen wir nämlich die letzte Stellung hier und dann wollen wir ja endlich mal in den Palast gucken Ganz da Ich gehe was Trin 2,3,2, NIA, TREK Highway to the danger zone To the danger zone Highway to the danger zone Melkor Train zone 3,2, flieg zur Basis zurück Willkommen im Kampf, ich helfe wo immer ich kann Ich muss sagen, wir haben nicht so viel überlebt, ne? Ich glaube, wir sind auf dem Weg zurück. Alles gut. Wann kümmerst du dich um dieses Katz? Beeindruckend. Da das erledigt ist, rufe ich gern meine Männer, sobald ihr den Palast angreifen wollt. Greifen wir jetzt an, dann mit dem, was wir haben. Sicher? Ich gebe den Befehl. Alles gemacht, wir können nur liegen. Was ist das? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Jekyll 2 Wir gehen schnell in den Palast rein und noch schneller wieder raus. Sobald ihr getan habt, was ihr müsst, radieren wir ihn von der Karte. Verstanden, Jekyll 1. Wir bleiben nicht zum Tee. Haha, schmeckt vermutlich eh nicht. Wir suchen einen Bunker. Wir vermuten, dass wir auf der anderen Seite des Geländes reinkommen. Wir unterstützen euch. Danach liegt es am Talon 1, uns in einem Stück rauszuholen. Wir haben meine erste Wahl. Na dann mal los. Wir sind fast da. Mal los. In Ordnung. Das Tor zum Palast ist gleich davon. Auffassen, Leute. Sie wissen, dass wir kommen. Mal da. Mal los. Wir scrollen. Mal los. Es ist alles in der Karte zu抽象. Ich wurde gerade von einem Sniper erschossen. Ich weiß, dass man pushen muss. Das muss man nicht sagen. Ihr wisst, dass wir kommen. Feuer frei! Oh, höchstern. Können wir ihn nur mal haben, ne? Warum? Ich muss ihn nur mal nehmen. Train 2, 3, 2, fliegt ab. Nein, lebe, es geht. Direkt hinter dir! Trakieren! Keine Bewegung am Boden! Was ist das? Wir gehen drauf, wir gehen drauf, wir gehen drauf. Da kam die Granate. Ich weiß, ich kann die zurückgreifen, aber ich denke nie so schnell, da renne ich lieber weg. Der Bunker ist hinter dem Ballast. Los! Dann kotzt mich das an. Sag ich folgendes zu. Ich bin auf dem Weg. Oh Prats, es ist viel Leute. Diese Nades, die da irgendwie rundum rumliegen. Naja, jetzt hat der Kack gespeichert, jetzt hatte ich Glück. Checkpoint sind wir. Das muss ich sagen. Nicht schwer bleiben! Vorwärts! Vorwärts! Achso. Ah, nehmen wir diese Friendlies hier aus, die sind so feine. Na, der war zu weit. Hüi! Hüi! Da voren geht's! Geh sicher! Gehs Adler zu mir! Wir gehen runter! Jawohl! Go Marshall! Feinde im Inneren! Alles sicher! Los geht's! Boah, ich hab keine Munition! Ah, jetzt hab ich Munition wieder! Das ist es, hoffentlich! Die machen es einem nicht leicht, was? Was ist das? Was ist das? Was ist das? Alter, wir sind rich! Ja! Es war damals das Gerücht, dass die Menschen das auch schon haben! Das war ja dann rausgestellt! Das war ja nur ein künches Grund! Das ist so, wie er da! Aber mit dem Geld hätte er sich natürlich nicht kaufen können! Weil jetzt war der Verdacht nicht ganz... Was zum Teufel ist hier denn passiert? Mein Biolabor-Kabinett! Das muss Alawi gemeint haben! Was ist mit dem Kaffer da? Sieh mal nach! Was haben wir? Die Wiege! Pantheon hat eine verdammte biologische Waffe! Und Sie haben sie Saddam überlassen? Ein Muster davon! Wenn ich das hier richtig sehe! Was hast du gefunden? Eine Disc! Und Notizen! Alle russisch! Der Projektleiter ist Madwey Gusev! Klingt, als würdest du ihn kennen? Ich kenne den Namen! Gusev war Wissenschaftler im Biowaffenprogramm der Sowjetunion! Biopräparat! Laut Aufklärung ist er letztes Jahr aus Russland geflohen! Seitdem fährt jede Spur! Gusev gab dem Pantheon eine russische Biowaffe? Nein! Hier steht, dass die Wiege einen anderen Ursprung hat! Eine Forschungseinrichtung, die ich kenne! Amerikanisch! Amerikanisch? Okay, die Besuchszeit ist um, ihr drei! Wir brauchen eure Hilfe hier oben! Wir kommen raus! Bewegung! Macht ihr, was ihr wolltet? Nichts wirklich! Aber was wir brauchen! Wir müssen eine Abholzone sichern! Los! Auf Start des Palastes! Wie geht euch das? Alter, was geht denni hier? ...Ele Sportdr eng! Sportdr eng! ...Sportdr eng! Okay wir sind weg. Ne, jetzt ein Tod. Die Zeit wird... Danger Zone. Ich darf nicht. So ne Kackwaffe aufzuhoben ey. Mit meiner richtige Waffe wieder. Ja auch nicht besser, aber... Hm. Hm. Ach, mhm. Tschüss! Soviel, ich sage hier. Ein sicher Vogel im Ort. Ziele auf dem Boden nähern sich eurer Position. Verstanden! Auf Sie mit allem, was wir haben! In Rüben ist ein Hauptwandel! Wir brauchen Ausunterstützung! Schauen wir mal in den Raubles! Diesel! Position halten! Hab ich gut gemacht, ich weiß. Oh, kann ich die Rakete in meinem Auge fliegen sehen, ey. Oh geil, ich hab getroffen mit der Granate. Da kann ich aber auch mal einen Lack haben, also ne. Die wäre jetzt ja gerne nur so schlecht, wenn ich dann die Visierer hätte. Kellen 1, der Luft los ist sicher, kommt her. Komm rein, wir gleich. Bereit machen, wir machen Schnellfeuer. Komm, wir machen Schnellfeuer. Schaut, Schiff, wir aufgeschenkt. Los, los, los! Schnellfeuer. Ach, wir kann nicht. Nebenab. Kommando, Ziel gehört euch. Bestätigt. Angriff. Genieß die Aussicht. Gehen wir zu deinem Knalltag. Das hast du dir extra aufgerufen, nicht wahr? Schön, dich wiedergesehen zu haben. Zieh mal eine an, Edler. Wir sind mal einer Meinung. Das Pantheon hat eine biologische Waffe. Die Unterlagen aus dem Bunker, da stand ein Name drauf. Mothrey Gusev, ein russischer Waffenforscher. Wir glauben, dass er noch im Irak ist. Irgendwo. Edler ist noch dort, um seinen Arsch aufzuspüren. Felix soll sich um die gefondene Diskette kümmern. Wir anderen untersuchen den Ursprung der Vigil. Wenn Erdler recht hat, könnte das Ding aus einer US-Forschungseinrichtung stammen. Ein russischer Wissenschaftler und eine amerikanische Biowaffe. Wo zum Teufel sind wir hier reingeraten? Hast du Haro nach dieser Forschungseinrichtung gefragt? Sie geht nicht dran. Sie sollte Livingston überprüfen. Du glaubst, dir ist was passiert? Dann wäre es meine Schuld. Das Gewicht der Welt auf deinen Schultern. Wir kennen das Risiko. Schon, aber so hatte ich mir das nicht vorgestellt. Weil es nicht nur um dich geht. Wie wär's, wenn du mit mir und Case in die Staaten kommst? Ich würd's mir überlegen. Ist Felix noch in der Küche? Beschwer dich nicht. Wir haben gut gegessen, während ihr in der Wüste wart. Er sollte die Disk entschlüsseln, die Erdler gefunden hat. Wir brauchen den Inhalt. Ey, Chefkoch, hast du die Diskette geknackt? Geduld, bitte. Kryptografie ist wie Kugelfisch zu bereiten. Zu viel Eile und du riskierst alles zu verlieren. Okay. Will er uns etwa Kugelfisch servieren? Du sagtest, keine Beschwerden. Ach ja, hab ich. Sag, wenn wir abmarschbereit sind. Okay, ja. Schreien sich wieder da auf. Deswegen, ich kann jetzt gleich was wieder abhauen. Okay. Ist er da hier? Gut. Ich fürchte, es dauert noch etwas. Oder möchtest du gern helfen? Was machst du da? Das bleibt abzuwarten. Ich habe diese Kochbücher gefunden. Aber mein Kyrillisch ist nicht mehr ganz so gut, wie es mal war. Und ich arbeite mit Zutaten, die ich selber jagen und sammeln musste hier im Umland. Also, nennen wir es Eintopf. Ja. Ich dachte, ich würde es keine Gewalt anwenden. Verstehe. Weil ich keinem Menschenleben mehr nehmen möchte, glaubst du, mein Herz blutet für alle Kreaturen? Eine verständliche Annahme. Aber das sind nun ganz andere Umstände. Haben wir das schon mal getötet in der Vergangenheit. Gesellschaft ist räuberischer Natur. Die mit Macht, egal ob legitim oder nicht, beuten alle anderen aus und haben Schläger in Uniform, wie mich einst oder auch ohne, um zu herrschen. Die Stasi, die CIA, organisiertes Verbrechen in Avalon, sicher auch Pantheon, alles Institutionen der Unterdrückung. Mit Blut an meinen Händen, meine Seele belastet durch Mitschuld, lebe ich jetzt in Schande. Nie wieder. Zu was macht uns das dann? Ich weiß nicht. Ich glaube, wir sind ein notwendiges Übel. Vielleicht bevorzuge ich deshalb Computersysteme Einsen und Nullen. Aber binäres Denken ist nicht förderlich für die moderne Existenz. Soziale Systeme sind komplex. Wir können nur die Grauzone navigieren und hoffen, dass die Geschichte es gut mit uns meint. Der Inhalt ist hinter einer äußerst beeindruckenden Verschlüsselung versteckt. Ich habe ein Programm zur Dekodierung geschrieben, aber in Wahrheit tappe ich weiterhin im Dunkeln. Ich knacke weniger das Schloss, sondern bohre mitten durch den Zylinder. Was glaubst du, ist auf der Diskette? Hm. Berücksichtigt man den Fundort, liegt die logische Vermutung nahe, dass es Daten für einen biologischen Kampfstoff enthält. Oder Pornografie. Hm. So, erstmal haben wir hier eine Menge Geld. Aber ich gucke mal nicht, dass wir es was anderes noch brauchen können, bevor es einsetzt. Ich denke, ich bedachte nicht mehr gerade. Bist du immer noch so auf Marshall? Was? Wegen der Irak-Sache? Bitte. Ist die Energie nicht wert? Entgegen Marshalls männlichen Befindlichkeiten hätte ich helfen können. Aber ihr lebt noch, also... Haust du nach der Bezahlung ab? Das ist nicht fair. Ich brauche Einnahmen-Case. Avalons Verbrecherbanden auszuschalten ist nicht billig. Nichts für ungut. Du hast edle Absichten. Aber das ist nicht mein Kampf. Ich bin keine Amerikanerin. Ich habe keinen vielgeleiteten Patriotismus wie Marshall da drüben. Edler hat dich nicht dafür bezahlt, die Fraktion von Avalon zu zerstören. Edler ist nur daran interessiert, welche Verbindungen Avalon mit dem Pantheon hat. Er schätzt sich einen Dreck um meine Mission. Oder die von irgendjemandem sonst. Erwarte bloß keine Rührseligkeiten von ihm. Wo warst du neulich abends? Zehn sehr lange Meilen den Berg runter. Ah, sie haben es noch nicht gefunden. Rustikal, könnte man sagen. War voll deprimierend. Ich hasse es, nichts zu tun zu haben. Und war nicht heiß auf Zwangsurlaub mit Woods. Natürlich. Irgendwer war so schlau, mir die Schuld für das Panathias vor letztes Jahr anzulegen. Das Thema, das alle beschäftigt. Jemand in Langley hatte unsere besten Leute an den nicaraguanischen Drogenbaronen Raul Menendez verraten. Die Beweise gegen mich tauchten in dem Moment auf, als ich anfing, mich mit dem Pantheon zu beschäftigen. Irgendwer wollte mich loswerden. Nun, diese Mission war erfolgreich. Vorerst. Komm mal Activision. Konsole. Sollte wohl uns das nächste darstellen. Wow, cool. Leck mich! Lass dir helfen, Mann. Du mich auch. Dann viel Spaß. Sieht das ja nach Spaß aus? Na, das habe ich nicht gemeint. Muss echt hart sein. Das Leben verteilt harte Schläge, Junge. Bei uns. Sogar noch öfter. Ganz ehrlich? Ich hätte das nicht geschafft. Nach Hause zu kommen, nach allem in Panama. Du glaubst an die, die dir den Rücken freihalten, für dich kämpfen. Adler war einer davon. Als die Unterlagen nach Panama auftauchten, Überweisungen an Adler von Raul Menendez, billiger Drogenhändler. Das stank gewaltig. Adler? Seine Brüder verraten für Geld? Willst du mich verarschen? Der Lebensdiener führt, ist nicht ganz billig. Hör zu. Ich weiß, er ist gerne der Psychopath. Aber er... ...ist auf unserer Seite. Er regelt die Dinge nur gerne auf seine Art. Früher kannte ich die Regeln. Jetzt nicht mehr. Du kriegst das hin, Kleiner. Dinge tun, Entscheidungen treffen. Ich würde gern mit dir Ärsche treten. Ich hasse es in dem Ding. Mal langsam, hör zu. Du bist wichtig, Mann. Ja? Stuhl hin oder her. Ja klar, es ist nicht mehr so wie früher. Aber das? Das ist stark. Vielleicht warst du... Vielleicht warst du Captain America früher und jetzt... ...bist du wie... ...Professor X. Wer? Verschwinde bloß, Mann. Maulhörn, Spiele. Hey. Zu mir hingefahren und sie nach Felix, okay? Bin grad nicht in Stimmung. Okay. Okay. Eine Versteckung in Isolat hab ich jetzt. Okay. 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 Hier geht's dann weiter, okay. Du musst hungrig sein. Gut, dann holen wir uns ein paar Upgrades. Zum folgenden Abschluss würde ich sagen. Wir verschwinden bald von hier. Wenn du bereit bist, es ist alles am Brett. Aber wenn wir jetzt eine Menge Kohle haben. Verbesserung. 2000 können auszusehen. Ha, schade. Ich erkenne so eine Skins aber auch gleichzeitig. Ja, komm. Ich würde sagen, wir schalten die noch Upgrade 2 für die letzte Mission. Weiß ich nicht, wie viel noch kommt. Okay. Ich denke mal, Feind ist gut, glaub ich. Dann hat er einmal einen Taxi-Spring. So. Das war doch ganz gut. Ich würde sagen, Leute, die Folge ist ein bisschen kürzer, ich weiß. Aber wir beginnen jetzt keine neue Mission. Dann sollen wir auch in der nächsten Folge weiter. Ich glaube, wir haben hier auch einen Dialog geführt. Ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ich schätze, dass Sie irgendeine Art Spektakel planen. Irgendwas, das den Leuten Schrecken injagt. Koalitionsstreitkräfte haben die Operation gegen Saddam Hussein vor zwei Wochen gestartet. Sie schalten so viele strategische Ziele wie möglich aus der Luft raus. Und los. An alle Stationen. Machtfreigabe. Eine biologische Waffe. Und Sie haben sich Saddam überlassen? Ist das nicht deine Freundin? Das sollte sein! Wir wissen nicht, was für Feinde da draußen lauern. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Wir sind nicht allein. Die Binnen die Gelegenheit und sie töten jeden von euch. Zeit für ein Gespräch! Zeit für ein Gespräch!